Also pass auf, den Zentauren nehmen wir mal noch aus der letzten Runde. Sehr gut. Ich nehme Europa. Scheiße, nein, hast du nur noch, habt nur noch eins danach. Ach du Kacke. Ich nehme die Bank. Ja. Und, oh man. Ja. Jawoll! Nice! Ha 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 ha! G.G. Christian! Peter ist gefickt. Jules ebenso. Peter ist gefickt. Jules ebenso. Yes, 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 yes. Ich probiere es mit essen. Scheiße. Scheiße. Ich überlege jetzt nicht lange, sondern wir haben die Torte, die kann man essen. Wir haben die Lakritze, die kann man essen. Aufgeben tun die Franken. Also, das meinte er damit. Und Muscheln isst man in Frankreich. Ja, ha ha ha! Oh my God, yes! Ja, man! Oh, nice. Habt ihr das auch noch so eine Viererrunde jetzt auch noch reinkloppt? Aber da hab ich gar nicht dran gedacht, dass halt Essen halt offensichtlich halt ist.